Ein Update von WhatsApp sorgt für eine drastische und zeitraubende Änderung. Mit einem Trick lässt sich ein Update. Der Rackbund der WhatsApp hat vor kurzem für massive Kritik gesorgt. Jetzt will WhatsApp mit einem Update die Sicherheit erhören. Doch viele Nutzer seien die Ars kritisch. Das Update wird nicht auf allen Smartphones verfügbar. Seit Kassel um mit Freunden, Familie und Arbeitskollegen zu kommunizieren, verlassen sich viele Menschen auf den Messenger-Dienst. Ein Update der Rackbund vor kurzem für großes Aufsehen gesorgt, denn er sendete auch Passagen zum Daten. Viele Nutzer machten sich daraufhin Sorgen, wie viele Daten WhatsApp mit dem Mutterkonzern Facebook. Jetzt sorgt ein neues Update für Aufsehen. Alternative Messenger-Apps wie Signal bekommen nach der massiven Kritik an WhatsApp großen Zuwachs. Doch der WhatsApp-Konzern versuchte Bedenken von Nutzern entgegenzuwirken. Das neue Update soll die Sicherheit erhöhen. Mit einem Trick kann die Zeitraubende Änderung jedoch umgangen. Neues Update bei WhatsApp. Mit einem Trick kann man es umgehen. Wer WhatsApp zur Kommunikation mit Arbeitskollegen oder während der Arbeit nutzt, greift gerne auf die WhatsApp-Web-Version. Über den Browser kann an der WhatsApp-Chat-Verlauf aufgerufen und der Messenger zum Senden von Nachrichten und Dateien genutzt. Ähnliche Funktionen bietet die WhatsApp-Desktop-App, die auf dem installiert werden kann. Facebook- und WhatsApp-Dienst Nutzung WhatsApp-Nachrichten insgesamt 100 Milliarden Nachrichten pro Tag stand. Oktober 2020 WhatsApp Business 50 Millionen Nutzer stand. Oktober 2020 Video-Anruf Ipper WhatsApp oder Messenger 700 Millionen Anrufe pro Tag stand. April 2020 Quelle, all Face-Dif für die Nutzung von WhatsApp-Amkoderem Browser ist bislang die Installation der App auf dem Smartphone. Über das Scannen eines K-Codes wird dann der Zugriff auf den Chatverlauf freigeschaltet und die Daten werden synchronisiert. Diesen Prozess will das Unternehmen mit einem Update für WhatsApp-Web sicherer gestalten. Doch das neue Verfahren sorgt auch für einen zeitlichen Mehrwert. Die Änderung lässt sich jedoch umgehen, berichtet zum Beispiel der Westen. Das bringt allerdings Sicherheitsrisiken. WhatsApp will Sicherheit erhöhen, nutze ersehe in die As-Update. Kritisch mit dem neuen Sicherheits-Update führt WhatsApp ein, dass sich Nutzer vor dem Verwendende von WhatsApp-Web per Fingerabdruck oder Gesichtsergen nun GAM-Smartphone identifizieren müssen. Erst im Anschluss wird der K-Code zum Synchronisierende-Schadverlaufs freigeschaltet. Die neue Funktion wird nicht für alle Smartphone freigeschaltet, sondern lediglich für Geräte, die die Nutzung biometrischer Daten unterstützt. Das neue Update stößt bei einigen Nutzern offenbar auf Kritik. Das Problem ist, dass es nur ein paar kleine Änderungen an den Datenschutzbestimmungen nötig wären, damit sie mein Gesicht und Fingerabdruck speichern können, schreibt eine Frau auf Twitter-Post von WhatsApp, berichtet dem widerspricht WhatsApp, das Unternehmen könne Fingerabdrücke oder das Gesicht des Nutzers nicht sehen. Doch auch unter den Facebook-Post des Unternehmens äußern viele Nutzer Unmut über die End. Ihr habt kein Interess schon Sicherheit, nur ran unseren Daten, schreibt ein Nutzer.Video, neue Funktion bei WhatsApp, ein Account auf mehreren Geräten möglich? Nach Update, wie kann man WhatsApp Web ohne Fingerabdruck oder Gesichtscan nutzen? Wer die zusätzliche Funktion zur Verifikation für WhatsApp Web nicht nutzen möchte, kann diese durch eine Änderung der Einstellung. Dafür müssen Nutzer die Sicherheitseinstellungen für das gesamte Smartphone ändern. Dein Punkt wer dies tut, sollte sich bewusst sein, dass da mit Sicherheitsrisiken verbunden sind. Wer keine Lust hat, die Synchronisation des Chatverlaufs regelmäßig freizuschalten, muss in den Einstellungen die Nutzung von biometrischen Daten für das gesamte Gerät deaktivieren. Die Fingerabdrücke oder der Gesichtscan können dann auch nicht, für das ein Sperrer in die Smartphones und andere Raps genutzt wird. Mit daneben Einstellungen kann man die Sicherheit der eigenen Daten bei WhatsApp besser schützen. Sarah Neumeyer, na.de ist Teil des bundesweiten Nippendigitalredaktionsnetzwerks.